Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nummer 1 Das ist ein bisschen abdecken, dass er uns da nicht raushüpft Okay Ja, da, ja Ah ja, das finde ich natürlich jetzt so nicht Wolltest du runtergehen, den ein bisschen anschutzen, in das Netz rein? Ja Ne, ich halte es fest Ja, das ist heißer Boah, super! Ja? Ja, genau Er ging einfacher als der Kleine, warum auch immer Ja, der ist vielleicht schon fertig Also die hat sich so jetzt anpassen lassen Ja Hat erst verzögert gemerkt, ich glaube hier stimmt was nicht Ja Ich bin mal los und dann netterweise direkt in den Kischer Ja Ja Ist gut Die Hebel noch da holen Eins, zwei, drei So Guck mal, jetzt kommt es auch wieder zu deinem Ding rein mit deinem Köppchen Ja Ja Das kickelt sich nicht mehr so kräckel aus Der andere Rad war doch immobiler Ja, der vielleicht schon Ja Ja Ja, ich bin sicher Ja, ich bin sicher Auch mit Stress und sowas ist natürlich immer blöd Ja Ja, ich nehme das nicht Achso, super So 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 Ein Teil wie anderen Tim haben wollen Ja 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 Glückwunst Frieden Wie ist es da? Ja Ich bin drauf Ah Du schuil wie es da? Er kommt da schon wieder Ja Ja Wo geht es? Litt anbleiben? Ja Du musst zwei Jopp da ist einer und da hinten ist der andere hier habt das besser gerufen und gestreichelt